Ein bisschen Kaffee, macht ihr ein und du weißt, wie die Küsse ist. Ich hab jetzt das Brot gemacht. Ich bin in der Mann, die in der Frau, die ich jetzt dabei gemacht habe, ich hab jetzt mal eine Reaktion gekümmert. Ich hab jetzt ein bisschen mit mir unterhalten, das ist mir echt zu tun. Vorsätzlich Halbeschrackenehmung, Kreditation. Irgendwann nicht. Was ist denn? Ich konnte so den Halbeschracken, wo ich den Halbeschracken habe, aber ich lasse ich jetzt so den Teiler für mich, weil es macht einfach nur noch Spaß. Soll ich es dir jetzt nicht nachher machen? Bitte und danke, das gibt es in der Nordschatz auch irgendwie los. Es ist alles selbstverständlich. Ich bin selbstverständlich, danke. Nein, das ist keine Selbstverständlichkeit. Soll ich es nicht auch selbstverständlich machen? Das zeigt einfach von dieser Kinderstube diese zwei Kleider, bitte und danke. Machen wir es noch wenig, danke. Bitte sehr und Dankeschön. Danke. Danke.